Wird schon enorm. Ja, ich denke doch auch. Guten Tag zu dieser heutigen neuen Episode Scam. Wie man sieht, ist Olaf topfit. Und wie man sieht, sieht man da auch schon einen sehr signifikanten Becher dieses vergangenen Sonntags. Der natürlich geprägt war von einem sehr sportlichen Wochenende. Einem ereignisreichen sportlichen Wochenende bei der NFL Europe. Nee, Europe sagt man nicht. NFL Europe ist was anderes gewesen. Das weiß ich, man. Irgendwelche World Games oder was auch immer. NFL war in Europa und nur weil dein Freund keine Zeit hatte, durfte ich mit. Ich musste deswegen Alkohol-Abusos machen. Ja, ja, ja. Erstmal ist es Montag. Oh, ich kann wirklich. Kannst du auch schlechter sehen, wenn du am Tag davor getrunken hast? Nee, ich habe wirklich, was mein Vision-Impairment angeht, bin ich... Also gucken kann ich echt gut. Ich glaube, umso schlechter. Umso schlechter, das stimmt. Aber das ist bei mir kein Faktor. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich am nächsten Tag schlechter sehen kann. Wenn da mal irgendein Augearzt draußen einer von euch ist, dann gerne mal Augearzt, einmal Bezug. Das würde mich interessieren. Und mal da irgendwie noch, was weiß ich, was auf... Bei dir passiert ja regelmäßig was mit deinem... Warum siehst du aus wie ein Dulli heute? Du siehst heute aus wie ein Dulli. Ist mir gerade auch schon aufgefallen, Mann. Ich weiß auch nicht. Meine Kappe sitzt schlecht. Ja, du sitzt irgendwie aus wie ein Dulli heute. Das stimmt. Irgendwann ist da komisch in der Form. Manchmal ist es halt so. Ja, was soll's. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir hier heute zu dieser illustren Stunde aufnehmen. Da haben wir die Themen auch vom Tisch. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Du wolltest natürlich hier... Sportwochenende meintest du natürlich, dass am Wochenende Bayern gegen Dortmund gespielt haben. Oder Dortmund gegen Bayern, ne? Du wolltest über Fußball reden, ne? Ich habe es nur die Highlights gesehen. Harry Kane hat wieder einen Dreierpack geschnürt, der Junge. Keine Ahnung. Ist wieder auf dem Weg zum Rekord. Das ist halt immer witzig. Ich finde schon immer dieses, da kickt das alte Stürmergen rein. Ich finde das halt immer spannend, wenn sowas passiert. Wie jetzt ja auch mit Haaland halt letzte Saison. Und Harry Kane ist jetzt ja auch irgendwie 15 in 10 Spielen. Ist halt auf dem absoluten Rekordkurs. Und Lewandowski hat ja früher da auch mal schon mal einen heftigen Rekord gesetzt. Wenn man nicht gedacht hätte, schafft er nicht. Und hat schon... Also da bin ich inzwischen wieder angekommen, dass ich mir da zumindest gerne dann auf TikTok irgendwie mal kurz die Buden dann reinziehe von Harry Kane. Das passiert dann schon. Aber weil der Algorithmus so ist, oder was? Ja, ich gucke es scheinbar oft genug, dass mir das dann angezeigt wird. Naja, gut. Oder Leverkusen spielt ja gerade auch geil und sich da mal die Highlights anzugucken. Suchst du auf TikTok auch Sachen? Oder lässt du dich nur von deinem Algorithmus treiben? Das ist total spannend. Du hast jetzt schon wieder deinen Kaugummi vor deine... Ja, ich wollte es jetzt nicht die ganze Zeit im Mund haben. Ich suche... Ne, Sachen suchen nicht so richtig. Was ja immer witzig ist, dass einem, wenn man bei Videos in die Kommentarspalte gibt, wird einem ja immer so eine Suchanfrage oft so vorgeschlagen. Ja, ja, ja. Dann ist es so dann... Manchmal ist es auch irgendwie ziemlich abstrus, was dann da steht. Ja. Aber naja, also da dem folgt man dann manchmal ein bisschen. Ja. Und ist dann vielleicht dann mal so kurz in so einem Rabbit Hole drin. Aber ansonsten... Ne. Ne. Eigentlich nicht. Ja. Na komm, wir lassen uns doch das Wesentliche kommen. Ich hab... Wir waren... Wir haben gestern uns einen reingetrunken. Ja, es ist auf jeden Fall so passiert. Es ging erst mal... Es ging ja schon damit los. Also, wie ging es überhaupt los? Ich mein, wann stand fest, dass ich mitfahre? Wir hatten das so... Wir hatten das so drei, vier Tage vorher schon mal so präventiv geklärt. Und dann eigentlich noch mal so recht kurzfristig mit... Ja gut, dann machen wir das jetzt halt so. Ja. Ne. Im Podcast hat es das ja schon mal anklingen lassen. Ja. So, ich hab mich dann natürlich auch... Also, ich hab mich dann auf jeden Fall auch drauf gefreut. Ich wusste ja, dass es cool wird. Ja, du wusstest, dass es nicht scheiße wird. Ich bin ja nicht... Ich bin da natürlich ja nicht ultra excited, weil, wie gesagt, ich behaupte, ich bin immer noch kein Football-Fan. Also, auch wenn ich einen Schritt näher gekommen bin. Du bist... Ja, ja, komm. Ich bin auf jeden Fall einen Schritt näher gekommen. Kein Spoiler. Aber das meine ich halt so, ne? Ist ja nicht so, dass ich dann irgendwie mich a. auf das Spiel jetzt wahnsinnig gefreut habe oder so, rein sportlich mäßig. Und aber, ja. So, und dann hab ich mich eigentlich auch, natürlich wissend, dass wir Bier trinken, habe dann auch gut gefrühstückt. Ja. Also, ich war wirklich so ein Frühstück, auch schön mit Haferflocken morgens und hab mich eigentlich so wohl gestärkt, bin ich den Tag gegangen, bis dann du halt mir dann den Plan eröffnet hattest, den Masterplan morgens, dass es erstmal direkt eigentlich eine Stunde später zu Burger King ging. Ja, also, wir hatten erstmal... Und ich fast genötigt wurde, dann nochmal da ein Menü raufzuknallen. Wir hatten aus tausenden, also tausende Zufälle, wir hatten eine Mitfahrgelegenheit, das war natürlich überragend, weil wir einfach aus Düsseldorf nach Frankfurt gefahren wurden, so, ne? Und das war natürlich perfekt mit Rast. Und ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt, ich bin da eher so stumpf, ne? Also, ist ein Football, ich kriege Football gucken. Also, was ist beim Football gucken? Burger und Bier. So, das ist ein Ding, ziehe ich dann halt durch. Das heißt, ich hab nicht gefrühstückt, habe mich darum gekümmert, dass wir Bier haben und hab mich hier in den Auto gesetzt und dann hab ich natürlich rausgefunden, dass man, dann hab ich so geguckt, dass man auf der Mitte Richtung Frankfurt halt ein Burger King anfährt. So, dann haben wir das Frühstück für Champions durchgezogen. Nach dem dritten Bier ein Burger King-Frühstück und dann noch zwei, drei weitere und dann waren wir am Stadion. Also, ich fand das jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, warum ich dafür jetzt... Ne, das war ja auch richtig. Das war sehr, sehr gut, weil das ist dann, um schon mal direkt ein bisschen vorzuspringen in der Storyline des Sonntags, das hat mir auf jeden Fall geholfen, nicht total abzuscheißen oder so. Nein, meine Grundlage war auf jeden Fall sehr gut. Meine war gar nicht so gut, ich hatte ja nur Burger King. Das war ganz gut und es hat sich halt, wenn wir schon bei Fußball eben waren, hat sich wieder so ein bisschen angefühlt wie früher. So dieses, wenn man halt irgendwo zum Fußball gucken gefahren ist und dann einfach halt vorher klar war so, ich trinke jetzt halt Bier auf dem Niveau, dass ich schon leicht angedüselt in der Arena bin. Wobei, so war es ja eigentlich gar nicht so, ne? Da haben dann eher schon die Liter... Die Literware hat dann dafür gesorgt, dass das passiert ist. Ja. Naja, aber erstmal wissen wir ja, wir kommen dann in Frankfurt an, Alter. Und dann hab ich, also klar, dann hab ich einen Brustbeutel, hier so diese Tasche halt um und da irgendeine Aufsichtstruller-Supervisor steht bei dir drauf. Also der Dulli, der gesagt hat, ey, die Tasche ist wahrscheinlich zu lang. So zu lang. Die war länger als 16,5 Zentimeter, so irgendwie 18,5 deswegen. Sagt er, oh, die ist aber safe zu lang, die kannst du nicht mit reinnehmen und wir reden wirklich. Und ich so, Bruder, genau die hatte ich letztes Jahr auch mit dem Stadion in München. NFL, haben die irgendwelche Regeln verschärft? Also nö, also nö, nicht, dass ich wüsste. Aber hat er so eine Supervisorin geholt da beim Eingang? Und dann, sie kommt da hin und misst irgendwie mit ihrem Handy so nach. Hat auf dem Handy das Lineal rausgeholt und hat dann so nachgemessen. Und sagt dann, das sind 18 Zentimeter und ab 16,5 muss die Transparenz sein in die Tasche. Dann muss ich mich da anstellen in die Scheiße, in die Scheißstange, um da meine kleine Tasche, da war ein Portemonnaie drin, Alter. Meine, 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 von dem Hoodie die Tasche, die ist 40 Zentimeter groß. Da kann alles rein, das ist völlig egal. Aber ich durfte nicht die Tasche, wo das Portemonnaie reinpasst, mitnehmen? Ja, das war schwer lächerlich. Das war wirklich, also das war auf einem Niveau. Weil ich statt da nur so daneben, hab da so ein bisschen gelacht, meinte so, ja, aber meine ist dann safe, oder? Ja, und deine war dann so genau safe. Nur weil meine halt dann halt dieses Rechteck ist. Ja, deine ist abgekattet. Und bei dir, du hast halt diesen Eastpack-Look. Es gibt ja, ich weiß nicht, ist die davon? Aber es gibt halt so, dass dieser Eastpack-Schnitt, wenn das dann halt so länglich rund halt zu dem Bund noch so weiter geht. Der Becher riecht noch ein bisschen nach Bier. Die Leute haben, glaube ich, auch das Gefühl, dass da jetzt Bier drin ist. Aber ich kann vouchen für dich, da ist kein Bier drin. Da ist nur Wasser drin, versprochen. Naja, auf jeden Fall waren wir dann irgendwann, also wir waren auch so ein bisschen spät, war aber auch nicht schlimm, weil... Oh, das Wetter war Katastrophe. Nee, war auch nicht geil. Stadion war schon alles gut, Stadion auch wichtig. Wetter war dann aber so schlecht, dass Stadiondach zu war. Das war gut, weil ich brauchte dann keine, ich brauchte halt, wir brauchten keine Jacke oder so. Es war einfach perfekte Temperatur in einem Stadion. Das war Hammer. Ja, und dann ging es halt los, ne? 13,80 Euro der Liter auch in Abfahrt, ne? Das ist wirklich auf einem Niveau, auf einem Niveau, das eskaliert, ey. Aber wir haben, die Strategie war gut. Es wurde übrigens nach der Biertrinkstrategie, weil alle sagten, ey, das war doch super voll. Also wir haben uns vor dem ersten, vor dem Kick-Off irgendwie so, was weiß ich, 40 Minuten vorher angestellt oder so, 45 Minuten vorher und waren dann so, 25 Minuten vorher waren wir dran, wir standen da so 20 Minuten, würde ich sagen. Haben uns dann... Haben da investiert. Das hätten andere vielleicht nicht gemacht, weil es nicht zu lange gedauert hätte, aber hinten raus wichtig. Ne, es war wichtig, genau, weil wir dann 25 Minuten, bevor es wirklich losging, ne, so, dann laufen wir, werden die Teams aufs Feld geholt oder so und dann wird es halt episch mit Nationalhymnen und Sonstiges. Haben wir uns jeder ein zwei Liter Bier geholt, hatten dann da schön, also wussten, damit kommen wir jetzt erstmal aus und konnten dann da erstmal genießen und da so ankommen, ne? So. Links neben Dirk, also wir sitzen 16. Reihe in der Endzone, also hinter der Endzone. Das war ziemlich geil, die Plätze waren... Die Plätze waren Hammer. Die Plätze waren Hammer. Die Plätze waren Hammer. Kansas City Ultra, also Ultras, die kamen auch aus Kansas, oder? War das einer? Ja, ja, 100%. Ja, 100%. Also das waren wirklich richtige Heimfans. Hinter uns auch, also da waren eh allgemein sau viele Amis. Ja, ja. Also macht ja Sinn, du hast mir dann ja, also natürlich auch noch geklärt, was ja Sinn macht, dass halt das ja das Heimspiel war von Kansas und dementsprechend... Ich habe ein bisschen unterschätzt, dass dann wirklich halt so viele dann mitreisen. Nein, natürlich. Aber klar macht der dann irgendwie auch Sinn, die finden das dann halt auch geil, ne? Dann mal ihr Team in einem anderen Kontext machen einmal Europa-Urlaub draus und reisen da halt mit. Und deswegen, es waren wirklich sau, sau viele Amis da. Ja. Rechts neben mir war ein Deutscher, wahrscheinlich auch so ein Influencer mit seiner Frau oder sowas. Ich kannte den nur nicht. Sah aus wie ein Influencer auf jeden Fall, ja. Aber auch ein Chiefs, also auch ein Chiefs-Supporter vor uns, so ein paar Dullis, die einfach nur Football-Fans waren. Also waren da wirklich Dullis, aber gute Jungs so. Die waren Deutsche. Gute Dullis, ja. Rechts vor uns war ein aus dem Practice Court oder irgendwie ein verletzter Spieler von Chiefs, saß vor uns, den kannte ich aber nicht, der saß die ganze Zeit in Kapuze und dann eben so ein Typ, der irgendwie so Commissioner oder sowas war. Also irgendwie so ein... Da hat sich auf einmal herausgestellt, dass der ein heftiges Tier war. Dass der ein heftiges Tier war, der da einfach so random vor uns saß. Also es war ganz komisch, dieses Publikum. Klar, die guten Plätze und irgendwie musste da wahrscheinlich besser drankommen oder so. Da waren halt diese... Wir waren auf jeden Fall in einem Block, der jetzt nicht so random verkauft wurde irgendwie, habe ich das Gefühl. Also gefühlt war das so ein bisschen so Family and Friends, will ich auch nicht sagen, aber schon so in die Richtung auf jeden Fall. Es war nicht dieses Fußvolk-Ding, was oben unter dem Dach irgendwie sitzen musste, da wo die Leute sich wahrscheinlich einfach die Dinger gekauft haben. Wir waren halt 16-3, er war affengeil, ne? So, das war das Szenario. Wir haben uns die Dinger, also wir haben uns da Bierchen reingezogen und sonstiges. Und dann war... Du hast das... Wann hast du das erste Mal gemerkt, was besonders war? Ich finde halt jedes Mal, wenn... Hymne, ne? Also wenn... Weil sonst sind wir überhaupt kein Fan davon. Aber wenn... Erstmal, wenn so eine 1,50 große vom United States Army Corps oder sonstiges die Nationalhymne da so elfengleich und effortless rein schallert ins Stadion mit so einem Anzug, das fand ich dann... Und das fand ich geil, muss ich sagen. Ja, also ich bin natürlich immer noch kein Fan von Nationalhymnen. Nö, ich auch nicht. Und es ging ja dann auch ein bisschen... Es war halt irgendwie lustig. Es ging ja damit los, dass man dann so... Okay, jetzt wird in Deutschland diese enorme USA-Flagge dann da ausgerollt. Halt, ne? Dann von den Army-Leuten. Dann kommt dahinter dann halt die Bundeswehr. Das sieht dann noch dollimäßiger aus, wenn dann da die Bundeswehr kommt mit dieser riesen Deutschlandflagge. Ich fand's aber ein witziges Phänomen, weil erstmal, es war wirklich... Also jetzt rein objektiv war das so mit die beste Nationalhymne, die ich jemals live miterlebt hab, glaub ich sowieso. Und auch wahrscheinlich... Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Fernsehen drüber kam, aber die war einfach sehr gut gesungen. Von den Amis meinst du? Ja. Ja, ja. Also von den Amis sehr, sehr gut gesungen. Ja. Und danach kam dann halt dieser deutsche Typ. Und da fand ich dann halt witzig, weil ich hatte das Gefühl, wir haben noch kurz drüber geschnackt. Ich hatte das Gefühl... Also gut, du hast die Theorie, dass der Deutsche beim Football eh da so ein bisschen anders ist, ich hatte eher so das Gefühl, dass das so war, so oh guck mal, die haben uns jetzt gerade, weil da halt die 10.000 oder die 5.000 Amis haben da jetzt gerade vorgemacht, wie stolz sie wieder sind, dass jetzt im Ausland da auch mit der Flagge und sowas kommt, dass sich die Deutschen haben davon anknipsen lassen und dann auch mal ein bisschen zeigen wollten. Weil da wurde auch richtig krank mitgesungen bei der deutschen Nationalhymne. Ja, das ist heftig, ja. Also ich natürlich nicht, aber... Nee, ich auch nicht, aber das kann sein, aber das so ein bisschen, weil wir ja sonst immer, sonst haben wir ja keinen Patriotismus bei sowas, dürfen, können, wollen, sollen wir nicht, whatever. Und das war stimmt, das war laut. Ich glaube, das ist A, die internationale... Also einfach, dass es für die Football-Fans ja gelernt ist, dass es so ist, weil es immer irgendwie im Rampenlicht steht. Plus, du hast schon recht, dass davor die landesfremde Hymne total zelebriert wird. Da müssen wir Deutschen auch so aus Stolz so ein bisschen... Und dann war halt irgendwie... Aber das war schon... Man hat halt gemerkt, dass es ein besonderes Sportevent ist, ne? Und deswegen glaube... Deswegen war ich mir ja sicher, dass du ja im Wesentlichen Freude daran haben könntest und hast, so. Also einfach so dieses gesamte Happening und man kann ja auch nur Leute beobachten. Das war ja so geil, wie die Leute da verkleidet waren, wie die gehypt waren, wie die sich geschminkt haben, wie die... Was auch immer. Ich hab den einen Dully, mit dem hab ich ja noch ein Selfie gemacht, der da die ganze Zeit unseren Block rauf und runter hängt. Das stimmt, der immer, wenn Third Down war, dann runtergelaufen ist und so. Der war aber Hammer, Alter. Der war so geil verkleidet, Mann. Alle motiviert da zum Aufstehen. Ja. Ja, da laufen halt Charakter rum und das ist so, ne? Ja, ich mag ja, wie das Ganze aufgezogen ist. Man hat ja jetzt auch wieder vom Village davor, was ja dann auch so ein bisschen den Ami-Vibe dann zurückholen soll. Klappt natürlich nicht. Aber da war ja verregnet, deswegen ist da nicht so viel passiert. Aber an sich geht das schon mit der Mucke so ein bisschen los. Also Mucke hat mich im Nachhinein dann doch noch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte es mir noch ein bisschen geiler vorgestellt. Ja. Aber wenn dann am Anfang kommst du da hin, läuft irgendwie so ein bisschen geiler Hip-Hop und so und dann ist das auch so der Vibe und auch beim Football so dieses lockere Warmmachen oder halt auch nicht so organisierte, weil die ganzen verschiedenen Positionen und so, das ja auch alle sehr individuell machen. Ja. Es war einfach geil zum Angucken. Ja. Ja, also ich find das auch. Ich find das mega geil. Und dann merkst du halt, und dann ist halt in dem Stadion sind halt so viele bekannte Leute, Alter. Ich glaub so jeder, jeder Mensch, der irgendwie nur im entferntesten in der Entertainment- und Sportbranche irgendwie über 100.000 Follower, egal auf welchem Kanal oder so, war ja in dem Stadion gestern. Ja, stimmt. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute da über Vitamin B irgendwie eingeladen wurden und weiß nicht was. Und ich bin ja selbst auch, also ich bin ja, pass ja sonst immer auf, zum Beispiel hier auf dem Becher ist ein, ist jetzt, hier auf dem Becher ist natürlich auch ein Partner von den Frankfurt Games drauf, so, ne. Den hab ich, den würde ich normalerweise in der Story immer so wegdrehen, hab ich jetzt gestern nicht gemacht, weil das irgendwie so miteinander verschmilzt, so, ne, auf dem Becher und solche Sachen. Und ich glaub, das ist schon, was das für eine mediale Reichweite kickt. Meine ganzen Algorithmen waren voll mit irgendwelchen Videos jetzt, bei dir wahrscheinlich auch, trotz dessen, dass du da jetzt nicht so tief drin bist in den, das ist schon krank, was da gestern wieder, also da war ja wirklich das who is who, egal ob das internationale, europäische Fußballer waren oder ob das alle Deutschen irgendwie, die nur ein bisschen Reichweite hatten oder so. Das war schon krass. Also man merkt schon, dass es ein besonderes, ein besonderes Sportevent ist. Ich find das cool, den ganzen Vibe. Und halt nur gute Menschen, ne. Also klar sind da auch, also das sind halt ganz viele junge Männer, logischerweise so. Die hauen sich dann auch den Arsch voll, die nehmen das Ding Wolle, so. Aber es ist trotzdem nicht, oder hast du irgendeine Situation oder irgendwas, keine Schlägerei, keine nichts. Also natürlich, du kannst nicht für die ganze Arena sprechen, aber im Vergleich zum Fußball ist es natürlich deutlich, deutlich weniger asozial. Und es war echt so. Du kamst ja zwischenzeitlich, du hast auch mit den Dullis vor uns. Hattest du, glaube ich, auch mal kurz die Diskussion von wegen, dass deine These war, man bräuchte keine Securities bei so einem Event. Nein, brauchst du nicht. Das geht wahrscheinlich ein bisschen zu weit. Ja, wegen Platzsturm oder so. Kannst du jetzt kein GBT draus machen, dann damit dann doch 50.000 Leuten da in Frankfurt. Ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr entspannte Stimmung. Ja, und das fand ich mega geil. Hoch beeindruckend. Ja, das stimmt. Ja, und sportlich war ja, also ich weiß noch, wie wir drüber philosophiert haben, mit von wegen, mit relativ früh, weil er die Dolphins Offense ein bisschen gebraucht hat. Ja. Meinte ich noch so, weil ich ja schon noch mitbekommen habe, dass die gerade irgendwie historische Offense da spielen, rund um den geilen Coach. Ja. Der wirklich ein geiler Typ ist, meine Fresse. Ja. Und ich dann noch so mit, ja, dass die jetzt mal, also ne, zur Halbzeit zu Null gehen, passiert doch einfach nicht, oder? Du so, nee, nee, auf keinen Fall. Nee, wird nicht passieren. Und wir spulen vor, 21-0. 21-0. Oh Gott, Alter. Naja. Das war so vor Blowout. Der Typ neben dir schon so, Blowout, go for it. 35-0 und so. Und du hattest ein bisschen unglückliches Timing mit deinem, mit dem zweiten Bier holen. Ja, ich hab die zwei Touchdowns in der Endzone verpasst. Es war halt wirklich, am Anfang ist ja alles von uns weg passiert. Ja. Weil halt die Chiefs, auch wenn es von uns weggerannt ist. Ja, ja, ja. Und im zweiten Quarter, ja, das war wirklich nicht gut, was ich da gemacht habe. Da ging es sehr, sehr schnell und dann war es auf einmal, aber das war geil, als du dann wieder zurückkommst. Dir war es auch egal. Ich hatte halt kurz so ein bisschen Mitleid und dachte so, oh fuck. Nein. Ich wollte ja Bier holen. Wir hatten ja kurz vor, es war ja wichtig, dass wir kurz vor der Halbzeit-Show nochmal, das ist auch heftig, dass ich kurz vor der Halbzeit-Show, also wir haben zwei Quarter und zwei Liter Bier gehabt. Und dann habe ich halt für das dritte und vierte nochmal zwei Liter geholt, weil die NFL wieder die Regel in Deutschland durchsieht, dass du im vierten Quarter kein Bier ausschütten darfst. Und dann weißt du, dass im dritten Quarter stehst du nur an, also musstest du kurz vor Halbzeit gehen. Und da war es relativ leer, das ging dann gut. Und da habe ich uns dann nochmal versorgt. Das war wichtig. Wobei die Leute, glaube ich, inzwischen da besser drauf vorbereitet waren, weil gefühlt jeder, der in so einem Gespräch war, also ganz viele Leute hätten dich darauf hingewiesen mit, ja, aber denk dran, kein Bier im vierten. Ja, ja, ja. Und so, das war es schon. Die Leute haben daraus gelernt. Ja, aber sie sind ja trotzdem nach dritten gegangen, weil sie nicht die Eier hatten, sich zwei Liter auf Halde zu holen. Das war perfekt. Die sind aber auch gut gebaut, die Stühle zum Beispiel. Man konnte sehr gut den zweiten Liter aus dem Fußraum so unter seinen Sitz stellen. Boah, ja, das war wichtig. Richtig perfekt, weil sonst hätten wir das umgeplant, 100 Prozent. Ja, ansonsten da mit den Leuten, die sich dann immer da vorbeizwängen und so. Ja, und dann habe ich mir, dann fing es an, als so ein bisschen Turnaround war, weil ich wollte ein Spiel haben. Ich wollte keinen Blowout. Habe ich mir so ein bisschen, wie soll man das sagen? Feinde kann man auch nicht sagen, ne? Ich war am Anfang sehr neutral und dann habe ich irgendwann gedacht so, ne, ich will ein Spiel haben. Und dann war ich klar für Dolphins am Root und hatte in meinem Ben Raffensperger Stil das Trikot an, was auch immer belächelt wird, weil also denk, so Raffensperger ist jetzt wirklich, spielt nicht mehr, war ein guter Quarterback, diskutable Person. Und da habe ich so, ja, gut, dann ist das ja genau mein Trikot, ne? Und die, äh, und dann habe ich, irgendwann habe ich halt angefangen, Dolphins zu, und dann war irgendwie, weiß ich nicht. Ja, wir waren halt, wir waren Pro-Game. Ja, genau. Also ich war zwischenzeitlich aufgeregt, das war auch eine gute Transition, die ich so gemacht habe während des Spiels. Ich fand das so am Anfang schon alles, ähm, also sehr spannend, interessant und auch so dieses mit, ja, okay, wir stehen jetzt die ganze Zeit und irgendwie machen wir auch alle keine Anstalten, um uns wieder zu setzen. Ja. Bis dann irgendwann so dieses, ja, das ist ja jetzt auch kacke, hinter dir war natürlich wieder so eine zarte Frau, die nichts gesehen hat. Ich hatte auch ein bisschen Mitleid. So, wir spüren ein bisschen vor, ab so Viertel drei war ich immer in erster Reihe, der gestanden hat, hab beim Chiefs-Chan hier mitgemacht, hab Sweet Caroline mitgezogen, weiß gar nicht, was da los war. Auf einmal habe ich es komplett gefühlt. Ja, ja, ja. Das machen wir, ey. Da haben wir Dirk schön auf links gezogen, ey. Und dann hab ich die ganze, dann hab ich, dann bin ich aufgesprungen, wenn die, wenn die Dolphins Big Place gemacht hat. Ich hatte ein bisschen Sorge um dich, weil der halt zwei rechts weiter war wirklich ein brutaler Ochse. Ja, egal, Alter. Also, ja. Wenn's losgeht, geht's los. Ja, ja, stimmt. Ich hab dich gefragt, ob du rücken hättest, du hast gesagt, zu zweit hätten wir den da hingekriegt. Ja, zu zweit hätten wir es geschafft, das ist das Gute. Aber die Typen vor mir auch so, er guckt mich so an und sagt, ja, du kannst das machen hier, ne? Wir sind ja auch dafür, aber wir sind, das waren halt zwei kleine Dullis, ne? Die konnten das halt schlecht machen und ich bin dann völlig ausgerastet da in dem Chiefs-Block, ne? Das war geil. Achso, Halbzeitshow haben wir natürlich vergessen. Halbzeitshow haben wir vergessen. Ja, also, das hab ich natürlich gar nicht verstanden, die Zusammenstellung. Nein. Also, ich mein, Nico Santos ist, glaube ich, der ist easily hated und das ist, glaube ich, ein netter Kerl. Habe ich mir auch sagen, das sind von vielen, die sich, ja, das ist tatsächlich auch ein guter Künstler. Hat auch, ich hab's schon wieder gehört, auf TikTok hab ich wieder gesehen, ich glaube, im Fernsehen kam es katastrophal rüber. Bei Live hat man's gar nicht so mitbekommen, weil der hat definitiv das gut gemacht, der kann ja auch singen, der Typ. Aber Nico Santos und Contra K, so mit Contra K kann ich persönlich auch gar nichts anfangen, so. Ich, durch sein Set ist mir jetzt bewusst geworden, dass ich ein, zwei Songs von ihm natürlich kenne. Man kennt natürlich Songs von ihm, ja. Weil es ja dann irgendwie doch auch Mainstream ist, aber ja, das war dann schon so, ich mein, so schlecht die, die Shows teilweise jetzt auch in den USA umgesetzt waren oder so, dann sind da halt eher so die The Weekends der Welt oder halt wirklich die, die größten Sternchen und wir hauen halt da Contra K und Nico Santos hin, so, ne? Habe ich mir nur so gedacht. Ja, ja. Das hätte theoretisch schon... Aber es war besser als letztes Jahr Crow, muss man dazu sagen. Also, es ist so... Ja, wenn man auch so philosophiert, was man, oder dann hat mich auch einer gefragt, natürlich klassisch so, ja, wen hättest du denn genommen? Dann hätte ich jetzt schon so gedacht, also für so eine Show, so Apache wäre, glaube ich, heftig gewesen. Ja. Apache, oder du machst halt, weil der in den USA als deutscher Rapper halt auch echt groß ist, machst du Luciano oder so. Luciano in Frankfurt, der dann so ein bisschen mit USA-Vibe da halt voll durchzieht, das wäre, glaube ich, auch krank gewesen. Das wären die gewesen, da hast du recht, ja. Weil ansonsten, gut, muss man halt auch mal überlegen, ne? Wen entsendet man dann da so, um Deutschland zu repräsentatieren, äh, zu repräsentieren? Ja, ist schwierig. Oh Gott, sag nochmal. Repräsentieren. Repräsentieren, blablabla. Da wollen die vier Silben zu viel reinbauen, ne? Sag nochmal. Repräsentieren. Okay, danke. Ja, das war's. Ja. Jetzt seid ihr verziehen. Jetzt seid ihr verziehen nach gestern. Ja. Und dann muss ich auch dazu sagen, ich habe das Spiel noch ganz gut mit und dann fängt es bei mir, also, ich habe dann heute, umso länger ich drüber nachgedacht, umso mehr habe ich, ich habe gestern Abend nämlich noch gedacht, ich war gar nicht so voll, aber heute, als ich dann aufgewacht bin und Kopfschmerzen hatte, da dachte ich so, okay, was ist denn gestern, wie sind wir denn gestern Abend überhaupt nach Hause und wie ist dann alles passiert und weiß nicht was. Und ich bin, am Ende bin ich da wieder rausgekommen, besoffen mit den Kindern passiert halt nichts, ne? Also, das war wieder ein... Das war wirklich komisch. Ich habe es heute, also ich habe es auch gemerkt, als du dann irgendwann meintest, dass es so fünf Typen gab, die mit uns ein Foto machen wollten, das wusste ich gar nicht mehr. Das war direkt nach dem Spiel, Mann. Wirklich? Also, fünf Stutes, die im Stadion mit uns, und wir wirkten dann auch nicht so, weil wir uns ja immer noch, wir können uns ja noch artikulieren und so, es geht halt alles. Und die Leute checken gar nicht, wie heftig wir wirklich einen... Dass man da im Filmeriss war. Ja, wir waren quasi und das ist ja das Krasse. Wir waren um 18 Uhr im Filmriss. Das ist halt total heftig, was da passiert ist. Das war echt und dann hat, es war eine ganz komische Kombination aus, es ging alles gefühlt sehr schnell, obwohl es ultra lange gedauert hat. Ja. Weil wir aufgrund, ich hatte, also ich musste halt auch was abgeben, du musstest was abgeben und deswegen waren wir noch ewig in dieser Schlange. Ja, um unsere, meine Tasche hier. Also wir sind relativ schnell dann so aus der Arena quasi raus gewesen, bloß wir standen ja locker noch, weil natürlich alle irgendwie dann doch was abgeben mussten. Weil mein Gott, es ist halt Bauchtaschen-Generation so, wie viele Leute mussten da ihr Ding da abgeben. Und da standen wir ja über eine Stunde mit Sicherheit. Und dann die Herausforderung, dann hatte ich die volle Verantwortung auf meine Seite. Das ist auch so dumm von mir. Zu sorgen, dass wir zum Bahnhof kommen. Oh, und dann sind wir einfach Leuten hinterher gelaufen. Ja, ich konnte meine, ja, ich hab dann meine Bahn-App versucht zu entziffern. Dann hat so Semi geklappt und dann hab ich irgendwann auch gemerkt, uiuiui, ich hab ja, also das läuft ja gar nicht. Ey. Und mit ganz viel Glück, mit ganz, ganz viel Glück sind wir am Hauptbahnhof in Frankfurt. Und haben dann auch Glück, dass wir da einen Zug hatten. Glück, dass wir einen Anschlusszug hatten, weil normalerweise... Weil der Verspätung hatte. Ja, weil der 40 Minuten Verspätung hatte, aber den bekommen. Wie die Dullis in Frankfurt gestrandet. Wären wir gestrandet, ja. Oh Gott, da wären wir auch wirklich, da sag ich auch ganz ehrlich, da wären wir auch wirklich, da hätte da noch eine Hose gehen können bei uns, weil wir hätten uns ja irgendwie ein Hotelzimmer, aber die waren ja wahrscheinlich auch fully booked. Also du hättest echt in Frankfurt, wir wären wirklich am Arsch gewesen, Alter. Das wäre problematisch gewesen. Ja, ja, so. Naja, egal. Ich weiß auch noch, haben wir uns nicht auf dem Weg im Zug mit so einer Gruppe von Männern und also Jungs, also Männer nicht, Jungs und Mädels da unterhalten, die irgendwie sich in Kansas zusammen studiert haben. Zwei kamen aus Deutschland, zwei Jungs irgendwie aus Kansas. oder so und die haben da studiert und die saßen in der Bahn mit uns und haben sich unterhalten und wir haben, ich glaube, wir haben sogar über Football gesprochen mit denen und wir haben überhaupt keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also ich habe, ich habe da, ich war da glaube ich schon vorbereitend zu meinem Schlaf, den du ja auch dokumentiert hast, dann auf deinem Instagram-Beitrag. Nee, ne, oder? Ich wollte gerade sagen, war ja nicht schlimm so. Also jeder Mann hat ja schon mal besoffen so mit dem Kopf im Nacken irgendwie mal gepennt oder so, also das ist ja nicht. Ja, ich war dann halt ein bisschen müde und habe die halbe Fahrt dann schon gepennt. Ja, ja. Also ein bisschen gepennt ist gut, du warst wirklich tot, du warst völlig weggetreten. Du warst wirklich, und ich dachte so die ganze Zeit, fuck ey, wenn du jetzt, aber ich werde ja nicht müde von Alkohol, das ist ja das Gute bei mir. Ich habe dann die ganze Zeit am Handy rumgebimmelt. Gott sei Dank habe ich ein neues Handy, sonst wäre mein Akku auch alle gewesen, Alter. Ich wäre am Hasch gelesen. Weil ich habe ja, Gott sei Dank habe ich ein neues Handy, dadurch war halt ich halt noch vollen, also noch nicht vollen Akku, aber ich hatte zumindest noch da Stoff drauf und so und hing dann da so wie der letzte Idiot am Handy. Ich wusste heute Morgen auch nicht, ob ich mir ein Ticket gekauft hatte, da in dem Wirrwarr am Bahnhof. Habe heute Morgen in meine E-Mails geguckt und dachte so, Ticket hast du gekauft, das heißt, ich wusste auch nicht, ob ich kontrolliert wurde oder so. Ich hatte wirklich gar keinen Plan, ich war wirklich völlig aufgeschmissen. Und dann bin ich, und jetzt sind wir in Düsseldorf aus dem Zug, und dann sind wir ja so stumpf, so okay, ciao. Also wir reden ja dann, ist ja nicht dieses, ey, hat Bock gemacht, ciao, sondern einfach so okay, bis morgen. Und ich habe dann noch diesen Move gemacht, und das ist mir auch jetzt heute Morgen wieder aufgefallen. Ich habe, also wenn du in dem Zustand an einem Bahnhof kommst und noch einen Supermarkt aufhattest, ne, auf den Sonntag, was würdest du dir kaufen? Also man würde ja tendenziell, ich hatte zum Beispiel an dem Tag wirklich nur Burger King und eine Brezel. Ich hätte tendenziell gedacht, eigentlich würde man noch was snacken oder sonstiges. Also irgendwie an so einem Bahnhof sich noch was holen, egal ob das jetzt Meckes ist oder irgendwie so, irgendwas, irgendwas, oder auf dem Weg einen Döner oder so, ne. Was habe ich gemacht? Ich bin beim Edeka rein da, oder ist das ein Edeka? Ja, ne? Ich glaube, es ist ein Edeka im Düsseldorf-Bahnhof, ja. Was habe ich gemacht? Ich meine, du weißt es jetzt. Ich weiß es, deswegen ist es jetzt relativ beschissenes Radespiel. Nein, es ist kein Radespiel, ich will nur einmal jetzt für die Leute da draußen. Was habe ich mir gekauft? Ich habe mir gekauft. Und ich weiß auch gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge man das sich einpackt. Also ich glaube, am Anfang ist diese frische, ich habe mir total besoffen, ich dachte, ey, heute zugegiftet, was machst du dir, holst du dir einen Smoothie? Ich habe mir so einen Bären-Smoothie so in diesen Glasflaschen geholt. Ein Liter, by the way. Ein Liter hast du dir reingezogen? Oh mein Gott. Widerlich, wirklich, komplett widerlich. An dem Tag sieben Liter Bier getrunken und dann erstmal schön so ein Rote-Bete-Saft da, was auch immer, nicht Rote-Bete-Saft, so ein Rote-Bären-Ding da, ne? So, dann bin ich wahrscheinlich an der Süßigkeitenabteilung vorbei und habe mir Cola-Kracher geholt. Macht ja Sinn. Also die Klassen da, klar, macht ja absolut Sinn. Go to move. Auf die Bierwanne, schönen Liter Smoothie und dann ein paar Cola-Kracher drauf. Und dann habe ich mir noch ein Bier geholt. 0,5 war. Das ist halt wirklich, dass du dir noch ein Bier geholt hast. Also es war halt noch nicht so spät. Das ist jetzt nicht so der Move, dass du dann jemanden verurteilst dafür, wie dumm es ist, sich um vier Uhr nachts kurz vorm Schlafen gehen, sich nochmal ein Bier zu holen. Nein, es war 23 Uhr. Alles gut. Ja, es war halt wirklich so, ne? Ja. Und dann war das Problem, dann bin ich auch aus diesem Ding raus. Ich hatte ja nichts, ich hatte keinen Rucksack oder so. Ich hatte meinen Becher vorne an meinem Beutel, also ich hatte den leeren Becher so, weil ich den irgendwie mitgenommen hatte, weil ich, glaube ich, daraus getrunken hatte. Und dann wollte ich mir, wir wollen nächstes Jahr für die German Beach-Sturm, wir hatten heute Warsteiner-Gespräch, wollen wir gebrandete Becher machen. Und das wollte ich denen als Paradebeispiel, das hatte ich mir in den Kopf gesetzt, wollte ich denen mitnehmen. So funktioniere ich ja, wenn ich besoffen bin, ne? Und dann stecke ich mir den da so vorne rein, dann bin ich halt wirklich wie so ein Dulli mit dem Becher vorne so an meiner Brust und dann hatte ich meine, hatte ich die Cola-Kracher in meiner Hoodie, in meinem Hoodie und hatte halt rechts das Bier oder linkses Bier und rechts dann halt die, diesen Smoothie da und stand dann da und sagte so, fuck, du musst jetzt noch 20 Minuten laufen. Mit zwei Flaschen in der Hand ist doch totale Scheiße und eigentlich wollte ich mir ein Wegbier kaufen. Also was habe ich gemacht? Ich habe den Smoothie quasi geäxt, die Flasche dahingestellt und bin dann auf entspannt den nur 5er Pilz hinterher nach Hause gelaufen. Pilz war dann, Pilz habe ich vor, also bevor ich da reingekommen bin leer gemacht, also war wirklich ein Fußpilz so, es war alles in Ordnung. Das ist mir auch heute Morgen nochmal aufgefallen, da war so eine junge Dame, die war wirklich vielleicht 20 oder so, die mit dem Rollkoffer und ich bin die ganze Zeit so ganz unangenehm hinter dir her gelaufen und die hatte genau denselben Weg bis zur letzten Kreuzung. Ich glaube, die war so froh, dass ich an der letzten Kreuzung nicht hinter ihr her gelaufen bin, sondern abgebogen bin in meine Wohnung beziehungsweise da weg, weil sonst hätte die gedacht, ich will irgendwie, also, weil man hat offensichtlich gesehen, dass ich safe angeschlagen war. Also man hat gemerkt, dass ich gut getankt hatte. Ich sage, wobei, ja, ist halt die Frage, ob man dann mit so einem Football-Trikot aussieht wie ein Assi oder ob jeder weiß, okay, der kommt aus Frankfurt aus dem Stadion. Aber schon, naja, man überschätzt es glaube ich immer, so viele kriegen es dann doch nicht mit, aber kann schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwie mitbekommen hat, dass da so ein Ding war oder halt viele andere auch gesehen hat, die irgendwie footballmäßig unterwegs waren. Dann hast du ein bisschen Verständnis vielleicht. Ja, aber wir waren ja auch dadurch, dass du uns zum Frankfurt Hauptbahnhof gebracht hast und nicht zum Frankfurt Fernbahnhof, Flughafen oder so, waren wir ja auch mitunter in dem Zug, falls es dir aufgefallen ist, die einzigen, die aus dem Stadion kamen, weil alle anderen die Richtung Norden mit dem Zug gefahren sind, Flughafen gefahren sind, du Arschloch. Das heißt, wir waren die einzigen versoffenen Idioten in dem Zug. Es hat gut funktioniert. Es war nämlich der, der Verspätung hatte, mit dem hat keiner gerechnet, deswegen war auch nicht so voll. Ach so Bullshit, Alter. Haben wir entspannter unsere Plätze bekommen, das war eine super Sache. Dann hast du so geplant, ne? Ja, hab ich toll gemacht. Ich möchte auch noch kurz einen Shoutout aussprechen an den Schaffner, weil wie gesagt, auf meiner Strecke, das lief ganz gut, ich war dann Hauptbahnhof und hab direkt Anschluss bekommen, das war nice und dann aber auch, ich geh da so rein, hol so ein Handy raus, seh Akku leer, ne, Klassiker und ich weiß, ich werd immer kontrolliert auf der Strecke, wie gesagt, 90% wirst du kontrolliert und dann seh ich so, fuck man, Akku leer, da hab ich natürlich die Szenarien durchgegangen, okay, mir passiert da jetzt ja nicht viel, aber ist trotzdem nervig, weil ich hab ein Ticket, das kannst du dann ja auch beweisen im Nachhinein, dass du ein Ticket hast, aber du musst dich halt drum kümmern und dann seh ich schon so, okay, da ist der Schaffner, Bray, jetzt geht's gleich los und dann hab ich halt überlegt, dann hab ich wirklich noch kurz taktiert, streng ich mich jetzt an, versuch das jetzt irgendwie gut zu machen, weil es gibt da jetzt verschiedene Arten und Weisen, weil wie gesagt, da sitzt halt auch ein angeschlagener Typ, der dann auf einmal sagt, äh, hier, ich hab eigentlich, hab ich ein Ticket, aber hier bei Handy. Dulli und ein tätowierter Asi-Dulli, muss man auch mal dazu sagen. Ja, gut, ne, und dann hab ich's aber scheinbar ganz gut geschafft, weil ich dann wirklich eigentlich nur so fast, so ein bisschen, so hämisch lachend halt so meinte, ich zeig ihm so, wie ich versuche halt das anzumachen, wie es halt noch so ein bisschen blinkt, meinte so, es ist wirklich gerade ausgegangen. Und dann hat, der Schaffner war, aber hatte glaube ich seine korrekten fünf Minuten, ist nur so vorbei, meinte so, ah. Was? Ja, und hat einfach so, hat so gelächelt und fand er, okay. Was ist das denn? Ist er an mir vorbeigegangen, ist er nochmal an mir vorbeigegangen, meinte er nur so, ja, hast du Deutschland-Ticket oder was? Ich so, ja. Und dann meinte er, alles klar, schönen Abend. So, und das war, das fand ich mega korrekt. Alter, ja, großes Schau. Das war richtig geil. Du hast gestunken wie zwölf Kneipen, Alter, du bist ein tätowierter Asi. Du kannst, dich kann man da eigentlich nicht durchkommen lassen. Ja, das dachte ich mir halt auch. Ach so, ich werde es eigentlich nicht schaffen, ihm das super charmant zu verkaufen. Nee. Also es war eigentlich klar, dass das Ding in die Hose geht. Ja. Aber ich fand es geil, dass wir heute beide so festgestellt, also wir sind, wir waren so, wir waren schon im Stadion und dann offensichtlich slightly im bisschen Filmwurst-Modus. Ja, offensichtlich. Um 17.30 Uhr, Alter, oh Gott, ey. Ja gut, hat funktioniert. Ja. Es ist, was soll ich sagen, hast du es bereut, also, dass wir Bierchen, dass wir mal wieder so einen Tag Bierchen getrunken haben, sowieso nicht, das ist klar. Nein, das war jetzt ja auch nicht, also, war jetzt ja auch nicht, also es war tatsächlich nicht schlimm. Ich war ja dann auch recht früh im Bett. Ja. Hab auch ganz gut geschlafen. Das ist gut. So, bin auch einmal, also hab noch vorher ganz guten Job gemacht, mich wieder zu rehydrieren. Hatte dann auch noch, glaube ich, noch so nachts, hatte ich noch so eine Solastream-Flasche komplett voll, wo ich dann auch einmal bin ich wach geworden. Hab mich so richtig, wie dieser hier bei Spongebob, gibt's so einen Opa-Wurm. So, der dann immer auch so mit so einem Rollator geht. So hab ich mich gefühlt, als ich einmal aufgewacht bin, da war ich so ein bisschen ausgetrocknet, hab mir halt schnell da diesen, diese 07-Soda-Stream da irgendwie reingezogen, konnte dann da weiterschlafen und bin morgens echt wach geworden, hatte irgendwie weder Kopfschmerzen, noch war mir schlecht oder irgendwas. Also mir ging's eigentlich okay, nur, dass ich dann einmal heute Mittag, weil ich auch recht früh schon im Büro war tatsächlich, hab ich, also bin ich einmal krass ins Mittag drauf. Ich bin einmal wirklich fast eingeschlafen am Schreibtisch. Also wirklich am PC, oder? Und es wird langsam ein bisschen unangenehmer, weil da jetzt halt ja mehr Leute drin sind und so, ne? Also, ich sag mal so, vor drei Monaten wäre das kein Problem gewesen, wenn ich mal kurz einfach Büro zu, mal so kurz eine halbe Stunde ein bisschen am Schreibtisch neppen, aber jetzt ist das ja langsam ein bisschen... Fändest du es komisch, wenn du jetzt pennen würdest da? Ich meine, du sitzt da mit... Nein, das ist ja... Also ist doch egal, wird ja keiner interessiert. Das schockiert dir ja nicht, wollte ich gerade sagen. Nee. Das ist bei uns sowieso, das ist ja spannend, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir in so einem Büro leben, wo jeder einfach Mittagsschlaf machen kann, wann und wo er will, ne? Also jeder darf sich einfach hinlegen und pennen, ne? So ist halt eigentlich, ist da völlig egal. Also interessiert ja nicht. Aber... Ja, ist ja auch, mein Gott, also ist ja meistens tatsächlich auch zielführend. Sicher. Ich meine, bevor einer stundenlang müde ist, weil das passiert ja, dann lieber mal kurz Powernap und danach irgendwie wieder halbwegs klarkommen. Ja, ich hab gerade auch hier ersten Satz, also ich glaube wir gerade noch, wir haben noch DVV-Pokal-Auslausung gemacht, ansonsten habe ich mich gerade da hingelegt und habe halt den ersten Satz Berlin gegen Herrsching oder Herrsching gegen Berlin, habe ich so bis 1, 19, 16, habe ich den verpennt. Ja, vorher hab ich mich in den Gericht, hab ich mal schön von 20 bis 20 Uhr 20 mal einen Mittagsschlaf gemacht. Ja. Um jetzt hier vital wie ihr und ihr Podcast aufzunehmen, ey. Ja, ist gut. Ja, geil, ey. Hat aber auch wieder Spaß gemacht. Das Volleyball-Bundesliga macht gerade echt wieder Spaß. Macht Spaß. Und das war auch heute jetzt wieder auf mehrere Arten und Weisen halt ganz witzig, das jetzt mal so zu gucken. Also den letzten Satz sehen wir jetzt gerade nicht. Wir gehen mal davon aus, dass Berlin am Ende natürlich wieder souverän 3-1 gewinnt. Ja. Wie immer, aber war trotzdem wieder nett. Und ist halt auch witzig, macht halt auch Spaß, das so mit Yannick und Martin dann da so zu gucken, die so ein bisschen mitzuerleben bei ihren Studiosendungen und so weiter. Ist ja jetzt auch cool, die haben Spaß da dran, die machen es ja auch gut und so. Die Kleinen werden so ein bisschen flügge. Manchmal denkt man sich noch so, kann schon eigentlich auch echt nicht sein, dass die beiden zum Bounce-Haus nahenden Wochenende, weil wir halt Donnerstag und Freitag ja Free-Spiele haben. Freitag ist Berlin, Friedrichshafen Berlin wieder, ne? Ja. Ligaspiel, Friedrichshafen Berlin, wieder aus Friedrichshafen, wie auch schon Pokal. Und wenn es annähernd so geil wird wie das Pokalspiel, dann haben wir da echt einen richtig guten Abend. So, Donnerstag ist, oh, da haben wir nochmal Donnerstag. Weiß ich nicht. Hab ich noch nicht vorbereitet. Ich hab Filme, was soll ich machen? Ja. Ja, aber ist glaube ich auch okay, was wir da haben. Also dann halt zweimal auf Twitch wieder hier, ne, for free, die alle noch nicht zugeschlagen haben bei Dein, macht das natürlich gerne trotzdem. Da könnt ihr euch schon mal eintragen, dass wir uns dann da so ein bisschen warm machen zum Wochenende. Ja. Ja. Und dann muss ich am Sonntag, bin ich wieder, ich hab jetzt meinem Freund nochmal geschrieben, ob er am Sonntag mit mir mitkommen möchte. Ja. Mal gucken, mit wem ich da noch. Sonst hast du Kiliga noch in der Hände an, ne? Ja, der hat sich nicht gemeldet, der Hund, Alter. Achso, nee, dann ist er raus, ne? Ja, also der hat sich jetzt wirklich fünf Tage nicht gemeldet, sonst hätte ich da auch Bock Ja, ich würde dir das schon wünschen, wenn das mit deinem Freund auch noch funktioniert. Aber mit Kiliga wäre auch schon wieder das Ding, dann würde ich mich wahrscheinlich nochmal genauso zersägen. Ja, und der ist noch ein bisschen... Der ist noch aktiver am Glas, ne? Ja, genau. Was mir wieder aufgefallen ist, was ganz heftig ist, ist, wir sind mittlerweile, ohne arrogant klingen zu wollen, man kennt uns. Also wenn wir zusammen unterwegs sind, das ist auch gestern wieder aufgefallen. Ja, also es ist halt wirklich so, dass man inzwischen... Ja. Also überall, wo man ist, wird man schon erkannt. Das ist jetzt langsam halt wirklich so. Es ist ja, es soll auch nicht arrogant klingen, weil eigentlich stört das nur, aber man... Also du bist irgendwo in der Stadt unterwegs und irgendwer früher oder später erkennt dich auf jeden Fall. Das ist so. Ja, vor allem, wenn wir zu zweit unterwegs sind halt, ne? Ja, das auf jeden Fall auch. Und bei so einem Setting, safe, passiert es halt auch. Ja, das ist krank, ey. Das ist jetzt schon, ist jetzt schon nochmal so das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre oder jetzt auch nochmal mit John Beach oder so, ist es wirklich nochmal spürbar mehr geworden. Ja, ist schon krass. Wenn du überlegst, was das schon aber, was in unserer kleinen Drecksbubble schon macht, wenn du dann mal überlegst, wenn du wirklich mal, wenn du einer mit Relevanz bist, so wie heftig dein Leben einfach, nicht eingeschränkt, stimmt ja nicht, aber du musst schon immer davon ausgehen, dass dich irgendjemand beobachtet. Also egal, was du machst, du wirst gesehen. Das ist ja so, wenn du jetzt mal überlegst, das meine ich ja immer so, ne? Es ist ja, wie gesagt, noch nicht annähernd, dass das irgendwie einen Paparazzi-Faktor hat oder so oder dass irgendwas Unangenehmes von einem gefilmt wird oder irgend sowas. Aber wenn du jetzt Papa Platte bist oder so, der war auch da, dann ist halt, keine Ahnung, der macht irgendwas oder der läuft auch irgendwo ein kleines bisschen zu besoffen oder ein kleines bisschen zu talkend rum, ist da direkt ein Handy drauf, TikTok-Clip und geht viral, so, ne? Alles, was der macht. Pisst irgendwo an Baum, ist auch schon wieder gefilmt. Wir können auch irgendwo hinpissen und die Leute warten noch zwei Minuten und sagen dann, ey, Olaf, Alex, Olaf, Alex oder Dirk, Alex oder whatever oder irgendwie sowas. Können wir ein Bild machen oder ey, mega geil oder sonstiges, trink mal später ein Bier oder so eine Scheiße. Ja, okay. Aber ansonsten kannst du das ja, also bei uns geht's noch, auch weil's gute Leute sind größtenteils so oder eigentlich nur gute Leute, die uns dann irgendwie kennen oder was. Aber du kannst das gar nicht mehr, also das pick ich nicht mehr. Das ist echt, das fällt mir immer mehr auf und das ist jetzt auch mehr als letztes Jahr schon wieder, das stimmt schon. Aber wo geht das denn dann hin? Ja, safe. Also. Wird schon noch ein bisschen mehr, ne? Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Ja. Das ist schon echt spannend zu beobachten und doch dann irgendwie auch belastend, ne? Muss man auch sagen. Weil das dann schon, also, man muss halt schon beobachten, was man da, also, im Wesentlichen haben wir gestern ja, also, Sachen, die wir gestern gemacht haben, dürfen wir nicht machen, wenn wir doppelt so relevant wären. Weil wir waren halt einfach, wir waren ja serious, super, besoffen. Also wir waren ja, wir konnten, das kannst du nicht bringen, eigentlich. Ja. So ein bisschen drüber. Mhm. Bist du stolz? Ja, ich hab, wie gesagt, ganz okay durchgehalten, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Es hätte schlimmer laufen können. Zum Glück hatte ich keine Probleme, dass ich brechen musste. Dirk hat das große, Dirk ist jetzt wieder motiviert, weil Dirk hat das große, wie soll man das sagen, die Jungs haben die These aufgestellt, dass du mittlerweile, also die Jungs, also Yannick und Martin, haben am Samstag hier Redaktionsthematik aufgemacht und haben gesagt, wahrscheinlich ist Dirk mittlerweile sogar der, der am schlechtesten am Glas ist. Ja, das war halt, also das war natürlich, das kann ich nie auf mir sitzen lassen. Jetzt muss ich dazu sagen, nach deiner Performance gestern bin ich mir sicher, dass Martin nie wieder, nie wird der so viel Bier trinken können wie du. Ich akzeptiere ja, dass dann auch Yannick, das ist noch ein junger Wilder und so, dann akzeptiere ich auch meinetwegen die Rolle als Drei. Fehlt mir auch gerade ein bisschen der Ehrgeiz, um zu sagen, ich erkämpfe mir die Zwei zurück, was theoretisch gehen würde, aber das wäre harte Arbeit. Bei dir wäre es harte Arbeit. Das wäre harte Arbeit. So, die Eins ist eh ankontestet, aber die Vier kann ich nicht zulassen. Ich bin's. Deswegen muss ich zumindest, muss ich zumindest die Gelegenheiten, die dann, die dann halt mal so kommen, die muss man, da muss man mal wieder ein bisschen weiter steigen. Ich bin absolut stolz auf dich und es war auch völlig okay, dass du gestern, ich hätte mich eh nicht mit dir unterhalten wollen, nee, es war völlig okay, dass du da gestern die Stunde gepennt hast dann. Also ich fand das, ja, ich hatte eh keinen Bock mit dir zu sprechen. So viel anders wäre es eh nicht geworden, die Rekordzone. Nein, 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 wir werden beide am Handy rumgeeiert oder halt. War fair game, ja. Oder du hättest gepennt und ich alleine am Handy, ja, das ist, nee, ich bin, gestern, was ich wieder merke ist, A, ich nehme wieder, also ich kann das immer, wenn ich sage, ich gebe Vollgas, dann gebe ich Vollgas. Das ist wieder, ich glaube, ich habe jetzt 35 Jahre, 35 Jahre bin ich noch nie am Glas, Gott sei Dank nicht, aber ich habe 100% Quote, wenn es losgeht, geht es los. Ja, das stimmt. Es gibt keine halben Sachen, nie breche ich einen ab. Das ist eine krasse Qualität von dir wirklich, dass es bei dir egal ist, was sonst mit deinem Körper und so, ne. Wenn ich schlecht vorbereitet, unvorbereitet in so ein, gut, manchmal ist es dann spontan und dann ist es gut, aber wenn ich mit einem angeschlagenen Körper in so einen Tag gehe, dann ist es halt wirklich super schwer. Was meinst du angeschlagen, also? Müde, oder es geht einem nicht so gut oder so, oder, keine Ahnung, der Magen ist schon so leicht vorverstimmt oder so, und das ist halt alles egal. Alles egal, alles egal. Und das war, das war perfekt, er wieder, das hat mir, hat mir richtig, richtig Freude bereitet und ich kriege halt den Kopf leer, ne, ich finde auch, ohne Spaß, um einmal jetzt wirklich auf das Sportliche zu gehen, ich liebe dieses, liebe das, wie das NFL-Ding da aufgezogen ist, ich liebe die Menschen, ich liebe den Sport, ich finde den, ich finde es geil, ich finde das alles geil. Das war schon, ey, das war schon cool. Das löst so heftig meinen Kopf, das ist so krass. Das ist wie Kurzurlaub, Mann. Es war ja auch wieder, also, ne, genauso mit, wie ich auf einmal Sweet Caroline mitsinge, war ja auch genauso dieser Faktor, dass dann, am Anfang ist es auch noch so, okay, merkst du so, die Links neben einem, das sind ja jetzt hier so die krassen Fans, die machen noch ein bisschen Dampf. Hm, so, ne, allgemein so dieses Stadionszenario, du weißt nicht, neben wem du sitzt, ist jetzt, ich finde das ja alles nicht so super chillig, wie gesagt, mit fremden Menschen und so, dieses Interagieren ist ja nicht so mein Ding. Wir spulen wieder 30 Minuten vor, ich mit dem Arm in Arm und dann so, ey, weil es irgendwie schon ganz geil war und ja auch dieser, dieser krasse Vibe mit, also, boah, du hast das Trikot an, wir sind jetzt Freunde. Ja, ja. Und so, ne? Ja. Und dann hast du hier diese, oh, 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 oh. Tirk war die ganze Zeit da am Himmel, Alter. Oh, 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 oh. Hannes plötzlich Spaß, ey, wie so ein kleiner Junge, das war richtig geil. Das war gut, ja. Mir macht das Freude, ne, wobei man am Ende, also, ey, absolutes Privileg, sich das leisten zu können, ne, so, muss man ja auch mal sagen, weil man ist wenn da eine Kohle verbrennt an so einem Tag, also, die Karte, kann ich ja sagen, ganz transparent, eine Karte hat 160 Euro gekostet, das Stück. 160 Euro und ein Bier und wir haben ja dann jeder, keine Ahnung, wir haben ja 8 mal 14 Euro da weggeknallt. Plus Pfand, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob wir den noch abgegeben haben, auch wieder so ein Ding. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir Pfand abgegeben haben. Ich glaube nicht. Ja, und dann hängst du da und dann bist du halt mal, also bist du halt für zwei Leute mit Fahrt hin und zurück oder sonstiges, dann bist du halt einfach mal so jeder auf 400 Euro los an dem Tag oder 350 oder so ein Ding, ne? Also ist schon, ist halt heftig. Also ist wirklich viel Geld. Das muss man schon, das muss man dann auch zu schätzen wissen, dass man sich sowas leisten erlauben und auch überhaupt ermöglicht kriegt, ne? Weil wenn ich jetzt keinen Kontakt zur NFL Deutschland gehabt hätte, so und die sagen, ey, wir haben schon ein, zwei Sachen zusammen gemacht und so, du hast die Möglichkeit da hinzufahren, dann hätte ich überhaupt keine Tickets gekriegt, weil es gab Millionen Ticketanfragen. Ja, das hast du ja, also das war mir dann auch natürlich nicht so bewusst. Also dass wirklich so viele Leute einfach gerne da gewesen wären. Das sind so krass, wie viele Leute dich hassen, dass du da mitgekommen bist, obwohl du keine Ahnung von Football hast. Ja. Aber wir hatten mal wieder einen Tag, wo wir uns zusammen einen, was haben wir gestern gemacht? Oh, du hast einen guten gesagt, die Rinne, die Rinne verzinkt. Ich wollte mir gestern den Helm lackieren, das wusste ich, aber was hattest du? Ich hab letztens, wie gesagt, ein geiles neues Video gesehen, da war irgendwie mit dabei, sich das ABC abtrainieren. So, oder irgendwie so. Das fand ich ganz gut. Ja. Da waren noch ein paar andere dabei, die werde ich nochmal, also ich dachte eigentlich, das wäre so langsam ausgelutscht, dieses Synonyme für Saufen, aber ich hab das Video gesehen, fand's extrem lustig. Macht wieder Spaß. Ja, das war schon, war gut. Ja, war gut. Ich hätte den mal ausspülen sollen, den Becher, der riecht immer noch nach Bier. Oh, das ist ekelhaft. Egal, ich zieh's jetzt durch. Das ist nicht so ekelhaft wie gestern meinen Smoothie-Cola-Kracher-Biereinkauf. Also, nichts ist so ekelhaft wie das. Naja. Ah, ich hab, wir hatten heute Vertragsgespräch noch, wo wir bei Bier sind, mit Wachsteiner. Ach, stimmt. Die haben sich neu aufgestellt, weil Markus lieben Gruß, der uns jahrelang ja da betreut hat, unser Betreuer bei Wachsteiner quasi, der hat den Laden gewechselt, der hat eine neue Herausforderung gesucht und da ist jetzt ein neues Team und neue Ansprechpartnerinnen, wohlgemerkt, die sich mit uns da hängen gesetzt haben und wirklich richtig gute Fragen gestellt haben und auch so erzählt haben, wo sie so mit ihrer Marke und sowas alles hinwollen, beziehungsweise wie sie das jetzt aufstellen wollen. Die haben ja auch dieses Festival-Ding und so weiter und so fort. Das war ein richtig geiles Gespräch. War wirklich gut. Die sind hoffentlich dann nächstes Jahr oder die nächsten Jahre wieder dabei. Also, sieht ganz gut aus. Aber der Vertrag läuft jetzt halt aus mit Wachsteiner. Also, das, was du erzählt hast, hört sich alles gut an. Ja, klar, war das jetzt heute noch nicht. Nein, aber die Mädels, die haben da Bock drauf. Aber wenn da eine gewisse Vision hinter ist. Ja, und wir sind jetzt halt in dem geilen Alter, das merkst du jetzt zum Beispiel bei Wachsteiner, ist es so. Also, ich weiß, ich kann es nicht genau sagen, wie alt die sind, die beiden Mädels, mit denen wir da gesprochen haben. Aber die sind halt, also die sind wahrscheinlich so alt wie ich. Also, wie wir halt. Also, in dem Alter sind die irgendwie so Mitte 30, Mitte 30, vielleicht ein bisschen älter, keine Ahnung, irgendwo da. Und dadurch verstehen die das alle. Also, es ist so, das wächst sich jetzt so raus. Die checken, was wir machen wollen, wenn du so über Werbewerte redest mit Fernsehen oder so, sagen die auch, jetzt doch, Markenbekanntheit da irgendwie doof eine Werbung schalten, interessiert doch überhaupt keinen. Wir wollen so Storytelling, wir wollen Engagement, wir wollen so, ach cool, das wird umgesetzt. Mit dem Partner und so. Und ich habe gesagt, ja, ey. Das ist genau unsere Philosophie. Also, es ist geil, dass das jetzt so ein bisschen mehr, das shiftet so ein bisschen mehr. Die Leute nehmen auch wahr, dass so ein Papa Platte zum Beispiel streamen darf aus dem NFL-Stadion und so, weil da so Partnerships gibt und so was alles. Das finde ich schon ganz cool. Und ich glaube, das, ich hoffe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in die richtige Richtung geht. Weil das wäre auch für die Vermarktung der German Beach-Store eigentlich ganz geil. Also, schickt uns Wachsteiner bald auf ein Festival oder was und wir dürfen dann streamen? Das wäre natürlich cool, ne? Habe ich den auf jeden Fall, also, da habe ich den zufällig vorgeschlagen, weil ich gerade so ein Ding und so war. Und mit denen kannst du es halt sagen. Ich hatte den Termin um elf. Ich habe vor, also ursprünglich war der Termin um elf heute. Ich habe denen gesagt, ey, ich bin sonntags in Frankfurt, können wir 15 Uhr machen? Und die so, ey, gar kein Problem. Ich komme rein, die gucken mich so an. Und, wie war es gestern? Ich sage, wie sehe ich denn aus? Ja, wie sieht es denn sonst aus? Und ich sage, ich sehe schon wieder aus. Könnt ihr mir ruhig sagen. Aber dann hat es ja einen guten Tag. Und dann ist auch alles clean und alles geklärt. Plus, die Ansprechpartnerin, wichtig, warum featuret ihr immer das Herbe? Und die so, das Herbe tausendmal geiler finden. Und sie so, sehe ich genauso. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Und da war quasi das Eis gebrochen. Das war perfekt. Das ist gut. Das wird auch nochmal spannend. Ob es irgendwann mal passieren wird. Boah, da musst du aber... Warsteiner mal ein bisschen umschärftet, aber das kannst du eigentlich nicht machen. Das schaffst du nicht. Den Berg kriegst du nicht weggerollt. Und Warsteiner übrigens die einzige Brauerei, die den Absatz in 2023 nach oben geschraubt hat. Ja? Ja, also die sind die einzige Brauerei, die den Absatz nach oben... Na ja, ich glaube, dafür ist unser Hebel zu klein, aber trotzdem witzig. Kleinen Anteil. Ja, und klein. Wobei du ja raus bist. Das ist ja... Ja. Sollen wir mal hier... Wir haben... Einen Plug habe ich noch versprochen. Save It, ne? Haben wir letztes Mal schon auch einen Stream vorgestellt. Ist diese Payback-Plattform von einem Influencer, Streamer, YouTuber. Ja, Dave. Kennt ihr vielleicht von Seven vs. Wild? Der macht die Behind-the-Scenes, ne? Ja, genau. Der war Staffel 1, war der ja sogar auch dabei. Als Kandidat. Staffel 2 hat er nur so Behind-the-Scenes gemacht. Ist ein riesen Creator. Und der hat das jetzt auch als Videoserie, also kann man auf YouTube alles verfolgen, hat da quasi mitdokumentiert, wie er dieses Start-up jetzt halt gründet und wie das ja jetzt gerade schon wächst und irgendwie schon letztens auf x Millionen geschätzt wurde oder was auch immer. Und das ist jetzt halt so, ja, also ein neues Ding. Ich meine, viele Gamer werden das so mit Creator-Codes kennen, wenn dann Spiele halt In-Game-Käufe anbieten und du da dann halt die Möglichkeit hast zu sagen, ey, mit dem Creator-Code Ninja kaufe ich mir dann halt das Ding und dann kriegt der Creator kriegt dann halt einen kleinen Part davon und so ist jetzt im Prinzip das mit Save-it, was halt eine Cashback-Plattform ist, so für alles. Ja. Da kannst du ja, also da sind eigentlich jegliche Shops und da angeboten, also wenn du was bei Nike kaufen willst, gehst du dann über Save-it zu Nike. Wenn du Babysachen kaufen willst, machst du das und in allen Bereichen und dann kannst du dir dann... Lieferando auch am Start, also auch Futter. Genau, kannst du dir dann Creator aussuchen, wir sind da jetzt auch mit dabei, also da ist ganz viel so... Sind auch schon irgendwie über 500 oder so sind schon bei uns... Also Philipp hat das heute erzählt, deswegen habe ich mich daran erinnert, dass ich das nochmal pluggen soll. Über 500 Leute schon bei uns angemeldet und die Verkäufe, also die laufen halt auch schon los, weil du halt echt immer wieder ein paar Prozent, ist immer unterschiedlich von Partner zu Partner sparen kannst. Das Geile ist, ihr spart und wir kriegen sogar auch noch einen Cashback-Anteil, sodass wir quasi uns, also indirekt unterstützt und das ist eigentlich ganz geil. Deswegen haben wir uns da angemeldet und wenn ihr für sowas affin seid, dann gerne... Ja, 100%. Deswegen muss ich mich jetzt erinnern, dass ich dann morgen... Oh, das wird schwer. ...morgen, dass ich in die Beschreibung mache, den Link, dann macht ihr uns als Creator und dann Achtung, nur einmal zwei, bevor ihr Verwirrung kommt, ihr müsst das monatlich, genau wie mit eurem Primes Hub, müsst ihr jeden Monat das neu einstellen. Also könnt natürlich theoretisch auch sagen, diesen Monat möchte ich gerne Papa Platt unterstützen oder sonst wen. Wäre natürlich cool, wenn ihr uns unterstützt und nur da schon mal, weil die Plattform noch so frisch ist, haben die irgendwie gewisse Fristen mit der Auszahlung von Cashback. Also ihr könnt da nicht direkt, wenn ihr jetzt einen Fernseher kauft zum Beispiel, das würde natürlich besonders schmecken, weil dann der kleine Cashback-Anteil, den wir bekommen, halt dann schon ein bisschen saftiger ist, dann könnt ihr irgendwie die x Euro, die ihr bekommt an Cashback nicht direkt auszahlen lassen und es gibt irgendwie eine gewisse Frist. Weil klar, das ist ein Startup, wenn die jetzt alles da immer direkt an Cashback auszahlen müssten, dann hätten die glaube ich ein Cashflow-Problem. Ja, ein Cashflow-Problem. Ja, genau. Könnte sein. Oder einfach die Abwicklung dauert zu lange oder es ist am Anfang nur einmal. Ja, kann schon sein. Ja, das ist so die Idee. Aber ist cool. Also deswegen, hat mich jetzt auch nicht gewundert oder als Philipp mir das erzählte, meinte ich auch nur so direkt, ja, das macht total Sinn und wird safe funktionieren. Ja, ja, wird auch. Das macht schon Sinn. Ich habe ansonsten, habe ich noch ganz viele Rückfragen gekriegt zu diesen ganzen neuen Fußball-Ligen, die sich jetzt da irgendwie am Markt positionieren. Also diese Border League, die irgendwie Podolski und Hummels jetzt irgendwie gegründet haben, die so einfach indoor irgendwie ab Januar spielen wollen und wird ja auch gemunkelt, dass die Kings League irgendwie sich in Deutschland irgendwie niedersetzen möchte. Das ist dieses erfolgreiche 7-gegen-7-Format aus Spanien mit Piqué und Co., die da völlig viral gehen. Jetzt hat heute Eli mit Toni Kroßen eine Liga da irgendwie bekannt gegeben. Was ich dafür eine Meinung zu habe, wir haben uns da schon länger darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob jetzt einfach so der Fußballmarkt so drei Projekte irgendwie am Start oder wie die funktionieren, glaube ich nicht dran. Deswegen, ich bin gespannt, was da wie passieren wird, wann sich das durchsetzt. Aber auf jeden Fall geht da 24 irgendwas los. Ich finde das geil. Du hast ja auch schon immer gesagt, wir machen keinen Fußball, aber so Budenzauberdinger sind geil. Das ist geil. Und es war ja logischerweise auch nur eine Frage der Zeit, bis da dann halt natürlich festgestellt wird, es dauert ja immer so. Ich meine, die Sachen, die in den USA cool sind, dauern dann zwei, drei Jahre, bis sie bei uns sind oder was. Und das jetzt halt mit der Kings League so enorm, weil ja wie gesagt, nicht nur Piqué, sondern der Influencer, der dahinter steckt, die auch einfach so enorm huge ist im spanischsprachigen Raum, was durch Lateinamerika halt auch unglaublich riesig ist. Ja, und war klar, dass sich das jemand abguckt und dann hier in Deutschland anbringt. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass jetzt drei Projekte gleichzeitig laufen, weil ich bin nicht der Meinung, dass alle funktionieren werden. Wahrscheinlich, wie immer, wird nur eins wirklich funktionieren und dann mal gucken, muss ich das zweite, eins wird dann irgendwann eingestampft und beim zweiten ist so die Frage, bleibst du dann halt drauf und akzeptierst, dass du nur die zwei bist oder es gibt vielleicht Energieeffekte oder was auch immer. Aber natürlich mega spannend. Und jetzt auch da, die wieder so stumpf draufheten und sagen, das braucht doch kein Mensch, da hat doch nicht immer so eine Scheiße, Alter. Nee, nein, das ist doch super cool. Natürlich braucht das ein Mensch. Ja, ja, ich finde das cool. Und wie gesagt, wer heutzutage noch gegen so einen riesen erfolgreichen Creator, der sich dann auch noch mit so einer riesen Persönlichkeit, na gut, Persönlichkeit geht vielleicht ein bisschen zu weit, weil Toni Kroos ist jetzt für mich jetzt nicht so die Persönlichkeit. Ah, unterschätzt den man nicht. Aber hinter einem riesen Athleten, der einfach halt global ist, jetzt wo er auch ja schon jahrelang einfach für Real Madrid zu einer Nummer ist, ja, also, sollte man dagegen wetten, dass das erfolgreich wird? Nee. Nee. Nee, ganz sicher. Das hätte, also selbst wenn Eli das alleine gemacht hätte. Adidas voll im Blut. Ja, Adidas auch voll im Blut. Selbst Eli alleine hätte ich nicht dagegen gewettet. Nee, stimmt. Und jetzt mit der Power dahinter, das wird sich schon durchsetzen, meine Freunde. Was mit den anderen Sachen ist, ich meine, Kings League sollte dann nach Deutschland kommen, hat natürlich auch einen heftigen Pull. Naja. Einfach, ne? Ja, vor allem, wenn die dann halt in mehreren Ländern sind, dann kannst du ja den nächsten Schritt wäre dann irgendwie internationalisieren und so einen Scheiß. Das wäre dann der nächste logische Schritt, dass die Meister irgendwie untereinander gegeneinander spielen und dann hast du quasi so ein digitales internationales Sportrecht irgendwie inne oder nimmst daran teil. Kann sich auch noch gegenseitig befruchten. Ey, ich bin ultra gespannt. Also Fakt ist, das wäre, wie fühlt sich da, wie fühlen sich die normalen Fußball-Ligen und sowas, wenn da jetzt solche Produkte an den Start kommen und sich das da einmal auf links zieht. Da bin ich halt ultra gespannt drauf, wie da so die, weil die Spieler werden das auch safe cool finden. Also es ist ja nicht so, als wird die, weil das trifft ja genau deren Art und Weise, wie die miteinander kommunizieren und sonstiges und wenn die dann da die Connections in die Creator-Szene und in die Fußballer-Szene und in die ganzen jungen Generationen davon haben und so, ist das, also finde ich ultra spannend, was da passiert. Ich bin da, also, weil ich würde jetzt wirklich schon oft zu gefragt und wenn das dann alles noch über Twitch und SuperNaba oder sowas dann ausgestrahlt wird und kostenlos, Free2Air und da Vermarktungspartner draufgehen und sich das auch monetarisieren lässt, dann ist das doch mega geil. Also ich bin ultra gespannt. Wir beobachten das, also ich beobachte das so. Klar liegt dann auch irgendwann nahe, dass wir potenziell sowas produzieren könnten, weil wir einfach eine sehr gute Produktionsfirma für Distribution auf Twitch sind so logischerweise, weil das halt unser Kerngeschäft ist. Aber ich bin echt gespannt, was sich da, was da passiert. Also schauen wir mal. Also das krasse ist halt schon wieder so, da kannst du auch aufs falsche Pferd setzen. Mal angenommen, du könntest jetzt eine Liga produzieren, du überlegst, welche machst du und die fährt vor die Hunde und dann hängst du da. Das ist spannend, da müssen wir, zur Not, müssen wir würfeln. Die gute alte Münze, Dirk, da müssen wir mal wieder die Münze raus holen. Nein, ich wollte das noch einmal hier sagen, weil ich glaube, das interessiert ein paar und kriegen auch ein paar mit. Werd da oft drauf angesprochen gerade und kriegst so Nachrichten und sowas alles. Oh, bist du müde oder was ist los? Ja, gestern um die Zeit habe ich geschlafen im Zug. Deswegen, mein Körper erinnert sich gerade. Und Nachschwitze habe ich auch auf jeden Fall. Ja, aber lass uns das Ding doch hier abholen. Ja, heute war klar, dass es kurz Episode ist. regt euch nicht auf, natürlich kein Beachvolleyball heute. Hä, was auch? Also, gibt auch nicht viel zu erzählen. Nö, wirklich nicht. Gibt auch wirklich nicht viel zu erzählen. Aber wir haben hier am, also Donnerstag und Freitag Pflichttermine auf Twitch mit uns beiden. Richtig? Samstag geht es natürlich weiter, weil da um 19 Uhr die Eintracht spielt. gegen den VVU an Essen? Ja, gegen die Jugendmannschaft. wir streamen auf jeden Fall. Ja, cool. Also Donnerstag, Freitag, Samstag online. Aus, ich sag mal, Kapazitätsgründen oder auch aus ein, zwei anderen Gründen noch werden wir da jetzt keinen Karnevals-Bash draus machen. Nee. Wäre natürlich mal spannend gewesen, mal zu gucken, was da theoretisch möglich gewesen wäre. Aber praktisch, hast du auch schon gesagt, hätte es wahrscheinlich auch tierisch in die Hose gehen können. Ja. Wenn wir jetzt da so einen riesen Karnevals-Ding draus machen und dann spielen wir da gegen 16-Jährige und alle sind einfach nur ultimativ besoffen. Ja, um 18, stell dir mal vor, die werden so besoffen wie wir gestern um 18 Uhr, Dirk. Naja, so, effektiv können wir keinen von euch aufhalten und natürlich seid ihr auch dann trotzdem herzlich eingeladen, wenn ihr vor Ort in Düsseldorf dann da gucken wollt. Wenn ihr am 11.11. nichts Besseres zu tun habt, ich weiß gar nicht, was in Düsseldorf so abgeht. Köln ist heftiger, glaube ich, Köln ist sehr heftiger, aber ich kann es halt nicht einschätzen, wie es in Düsseldorf abgeht. Aber ja, falls ihr dann nicht unterwegs seid und nicht hier aus Nordrhein-Westfalen kommt, am Mic-Up-Sein. Morgen müssen wir trainieren, Alter. Ach du Scheiße. Morgen ist Volleyballtraining. Kannst du laufen? Werden wir morgen sehen. Der Mann, Alter. Das ist aus deinem Knie, rechtes Knie, angeschlagen. Ja, meine Quadrizeps-Szene ist, glaube ich, da ist... Obt ihr gerade wieder auf dem Restsoff noch Kniebeugen gemacht, Alter. Mein Gott, ey. Man muss ja manchmal bei den Schmerz drüber gehen, du kennst das. Aber nicht so schwer und falsch, wie du das machst. Habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe heute leicht und kontrolliert gemacht. Ja, 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 ja. So wie ich gestern leicht und kontrolliert die Literbecher in mich reingegossen habe, Mann. Ja. Ja, genau so. Und das ist auch völlig ausgeartet. So, also. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Scam.